Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen zu Hardcore Colonization nach etwas Pause. Wie ihr seht bin ich noch im Pausen-Modus. Ich habe also noch im Escape-Menü die Zeit angehalten, weil heute wahrscheinlich jede Sekunde zählt. In diesem Sinne erstmal ein ganz liebes Hallo an den Miki, an Neo, an Aonib, an Achilles, an X-Brady, an Demos, an Restol, an Yo-Jongs, dass ich Ungu, Kalimi, Blitz, Basilisk, Bokai, Mioran. Schön, dass ihr da seid. Und vielen dem Dank schon mal an Demos für den Resub im 26. Monat und Ungu im 24. Monat. Vielen lieben Dank dafür. So und was müssen wir heute tun? Naja, ich habe ja letztes Mal vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen verkackt, bevor ich in die Pause gegangen bin. Und das würde ich jetzt gerne aufräumen. Das wird wahrscheinlich mehr als einen Stream dauern. Aber ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns nochmal an, wie schlimm das Desaster eigentlich ist. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt da mal hin und gucken uns die Timings an, die wir so auf dem Ticker haben. Und dann müssen wir uns was überlegen, wie wir die Leute, ja wie soll ich das sagen, da jetzt abgeholt bekommen. Und Buandl und Bokai, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Gut, also erster Schritt. Wir gucken, wie schlimm es ist. Also was für eine Zeit wir zu machen haben. Zweiter Schritt. Wir überlegen uns, wie wir aus dem Desaster wieder raus manövriert bekommen. Und zwar im Idealfall. Ich möchte das jetzt noch nicht in die hohle Hand versprechen, aber im Idealfall ohne alle umzubringen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Also in der Theorie liegt irgendwo, liegt irgendwo ein Raumschiff auf dem Moon rum. Ah, die Batch Logistik. Ich habe da einen ganz großen Rückstand tatsächlich und muss unbedingt nachholen wieder und weitermachen. Also alle, die ihren Stuff noch nicht bekommen haben. Very, very much. Sorry. Landed at the Moon. Ich habe so eine Befürchtung. Hier sieht man es auch noch mal ganz gut. Vier Stunden, drei Stunden, 49. Okay, also wir haben eigentlich hier eine ganz gute Übersicht. Ist das richtig? Ich gucke mal, ob es das richtige Schiff ist. Drei Stunden, 49. Wäre dann gesetzt. Mal gucken, ob wir noch irgendwer Live-Support oder sowas runterfahren können, um die Zeit zwischen Essen und allem anderen gut auszubalancieren. Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das lösen möchte. Ich werde es wahrscheinlich in Iterationen machen, also die Körbels nach und nach abholen. Oh Gott, ihr seid alle da. Ihr seid alle in diesem Trümmerraumschiff gefangen. Oh Gott, man sieht gar nichts. Ist das bei euch auch so fürchterlich dunkel? Bei mir ist das fürchterlich dunkel. Ich mache mal ganz kurz. Ein bisschen heller. Es ist richtig dunkel. Wow. Das heißt, wir sind auch noch auf der verdammt falschen Seite des Mondes, was Sonnenlicht angeht. Da liegt es, das Desasterraumschiff. Da liegt es. So. Das ist, was wir haben. Was wir jetzt schon mal machen können, ist, wir können schon mal Stop Habitat machen. Das macht es aber nicht viel besser, ne? Drei Stunden, 47. Dafür drehen die halt habitatsmäßig auch noch durch. Okay, das ändert nicht viel. Ähm. Das war nicht. Okay. Ja, ich war relativ optimistisch, was das angeht, muss ich sagen. Wo sind meine Supplies drin? In so Mini-Packs. Ah, da sind sie. Okay, also ich habe tatsächlich Supply-Boxen. Okay. Drei Stunden, 45. Und die Uhr tickt, Leute. Wir müssen 16 Körbels abholen. Das wird ein Spaß. Drei Stunden, 44. Ich setze mir jetzt gleich mal eine Alarmglock. Das wird das erste Ding. Und dann müssen wir anfangen zu bauen. 16 Körbels gilt es abzuholen. Im Idealfall lebendig. Das wird richtig sportlicher. Drei Stunden, 47. Gut, ich kann, ich muss in drei Stunden, 47 mit dem ersten Raumschiff da sein. Sagen wir mal so viel. Ähm. Ich habe mir schon, wie gesagt, so ein bisschen einen iterativen Weg ausgedacht. In drei Stunden und 45 Minuten hätte ich gerne einen Alarm. So. Alarm ist gesetzt. Ab in die Bauhalle. Mache ich mein Tutorial noch weiter? Ja, mein Tutorial mache ich noch weiter. Dieses Wochenende. Ich wollte eigentlich Samstag weitermachen. Ich habe leider einen ganz fiesen Migräne-Flash gehabt und den ganzen Tag mit Kopfschmerzen rumgelegen. Deshalb habe ich dieses Samstag keine Folge gemacht. Ähm. Geht aber noch weiter. Lord Gimisch, vielen Dank für 23 Monate und DM-Ock, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir das lösen. Also, meine Überlegung wäre jetzt eine Kapsel zu nehmen, die relativ einfach, äh, relativ viele Körbels mitnimmt. Und ich meine, was größeres als diese vier habe ich noch nicht. Ne. Den da hätte ich noch, aber der ist ein bisschen teuer. Also, mit einer Viererkapsel hinzufliegen, Piloten mitzunehmen und, ähm, in diesem, äh, Gefährt... Das sind ja keine Touris. Ach, scheiße, sind da auch Touris drin? Sind da auch noch Touris drin? Das muss ich mir dann später noch überlegen. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir fangen ganz vorne an. Wir fangen ganz vorne an. Touris waren da auch noch drin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Echt jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, äh, da sind ja Sachen zum Andocken. Das kriegen wir alles hin. Also, erster Flug. Erster Flug ist auf jeden Fall erstmal eine Mission, wo wir hinfliegen, drei Leute retten und ein bisschen Ressourcen hochbringen. Also, wir müssen ein bisschen essen und wir müssen Mittel zur Stromerzeugung hochbringen. Ähm, äh, du hast einen Körbel-Veteran gekauft, ist er noch offen, dann... Oder stirbt er auch schon auf dem Moon? Also, wenn er noch offen ist, wenn ich den noch nicht eingelöst habe, dann habe ich den im Backlog liegen. Das ist alles gut. Das wird mir eigentlich vorwurfsvoll angezeigt. Da werde ich demnächst mal wieder einen Schwung machen. So. Also, fangen wir mal mit... ...mit der Rakete an. ...ein relativ simples Ding, hoffe ich. Die Richtungsmission sind die Würze in meinen Streams. Danke, Jungs, für 31 Monate. Und ich hoffe, dass das hier auch die Würze und nicht die Blamage wird. Ist das so eine? Ja, ne? Also, ich glaube, bis hierhin relativ einfach. Ähm... Ja, Peach Roll nehmen wir raus. So. Dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, einen Piloten reinzusetzen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wen wir nehmen. Ich glaube, wir fangen einfach mit den... ...mit den besten Piloten, die wir haben, an. Ich werde... Also, ich werde dann relativ schnell hintereinander mehrere Missionen starten. Ähm... Also, ich starte im Prinzip eine Mission, schicke die auf den Moon Approach und starte dann direkt die nächste. Also, ich werde jetzt... Ähm... ...noch einen Pilot, den Völler... Dann lassen wir mal gucken. Ähm... Dann haben wir noch den Sigmund und dann haben wir noch den E-Borg. Das heißt, wir können relativ gut vier Missionen noch starten, ohne dass wir auf die NSC-Körbels zurückfallen müssen. Ähm... Und Puzzle, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den Kerbel-Emojis. Also, Anthrax wird die erste Mission fliegen. Und, äh... Dann gucken wir mal, dass wir den Rest auch noch gut hinbekommen. Ähm... Jut. Was müssen wir mitnehmen? Wir müssen ganz kleines bisschen Vorräte mitnehmen. Und eine Möglichkeit, die Peoples, ähm, zu versorgen. Bin ich im Discord? Ich hoffe nicht, dass ich im Discord bin. Bin ich im Discord? Ich glaube nicht. Ne. Mein Discord ist aus. Und ich muss auch mal Steam ausmachen, sehe ich gerade. So. Ähm... Ne, ich bin nicht im Discord. Sorry. Äh... Und wir brauchen natürlich eine Möglichkeit, mit dem Ding zu landen. Und Blitz-Basilisk, Ausrufezeichen Discord, kriegst du einen Link zum Discord. Da sind ganz viele Leute im Chat, die dir bestimmt helfen können. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich mache ein relativ... Ich mache ein relativ einfaches Raumschiff wahrscheinlich draus. Mal gucken, wie viel wir... Es geht weiter. Hugo, danke für den Resub. Im... Mittlerweile auch schon 10. Monat. Dankeschön. Reicht uns das? Reicht uns eventuell... So lange nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo die... Wo die Plates sind. Die Trust Plates. Alien... Plate... Eventuell... 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 Reicht uns das nämlich schon aus am Moon? 2,55. Das reicht uns tatsächlich aus. Sind die bei Kopplungen mit drin? Wie blind bin ich denn? Ach ja. Ja, weil die so groß sind. Ja, alles gut. Ich habe es tatsächlich direkt drauf geguckt und habe sie gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis nochmal. Okay. Das würde uns reichen, um zu landen... Locker zurückzukommen. Relativ schnell hinzufliegen. Damit haben wir relativ viel Puffer. Das sieht ganz gut aus. Jetzt machen wir noch so ein paar Grundlagen ran, dass das Ding funktioniert. Ich denke, wir können mit denen hier arbeiten. Wo ist unsere Leiter? Da ist unsere Leiter. Die Pulleiter. So. Gut. Landebeine, wichtig. Leitern, nicht ganz so wichtig. Können wir gleich noch optional drüber nachdenken. Was wir unbedingt brauchen, ist Licht. Tatsächlich. Also diesmal brauchen wir Licht. Wir landen auf der dunklen Seite. Wir brauchen sowas von Licht. So, und das sollten wir noch so drehen, dass das nachher auch hilfreich ist. Was passiert hier eigentlich die ganze Zeit? Oh, go, go. Vielen Dank für den 16. Monat. Sub. Dankeschön. Und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Das drehen wir ein bisschen nach außen, um mehr Beleuchtung hinzubekommen. Das müsste dann relativ gut funktionieren. Okay, cool. Wie wäre es denn eigentlich dann? Wir können das ja eigentlich mal daran zeißen, wie es aussieht, wenn man gelandet ist. Dafür ist ja das Licht eigentlich total interessant. So wären wir gelandet. Also lasst uns doch mal das Licht tatsächlich ein bisschen nach außen machen. So, und dann würde es nämlich heißen, dass wir... Ah, sehr schön. Sehr viel Vorfeldbeleuchtung haben, wenn es dann nachher nach unten geht. Okay. Start retracted. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir ein paar Sachen mitnehmen. Und zwar, was ich überlegt hatte, ich möchte gerne eine Transferleitung aufbauen zwischen dem Rettungsraumschiff und diesem Raumschiff. Ich möchte denen gerne Strom transferieren können. Ich möchte gerne gegebenenfalls Nahrungsmittel transferieren können. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und ich möchte unbedingt Fuelcells dalassen, weil was diese Kiste hat, die da am Boden liegt, ist Treibstoff. Und deshalb würde ich eine Fuelcell mitnehmen. Das war meine Überlegung. Und Werkzeug, damit einer der Ingenieure, die in dem Raumschiff sind, eine Fuelcell an das andere Raumschiff anbauen kann, um mit dem vorhandenen Treibstoff dafür zu sorgen, dass wir Zeit gewinnen auf der Stromebene. Das wäre so der Plan. Zusätzlich halt evakuieren wir drei Leute mit diesem Raumschiff und haben damit dann nochmal Zeit gewonnen. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal selber Strom, damit es uns nicht erwischt. Das wäre nämlich hochpeinlich, wenn es passieren würde. Tänk an Bier. Bier wäre auch sehr wichtig. Für zwischendrin. So. Zack, zack, zack. So fliegt es sich schon mal ganz gut. Wir hatten über Leitern gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen will. Mal gucken. Das macht mir ein bisschen Sorgen hier mit der Leiter. Das bringt halt nichts. Ich musste ja wenn, dann da ranbauen, ne? Nikas, vielen lieben Dank für den achten Monat. Resub, dankeschön. Und ich will die eigentlich nicht am Lender dran haben. Ich will sie auch nicht zweimal haben. Kannst davon ab. Kann man ja erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich würde sagen, ganz grob zusammengefasst, klassische Selbstüberschätzung. So würde ich es zusammenfassen. Okay, die Leiter müssen wir dann halt abbauen. So. Ich würde Selbstüberschätzung sagen. Aber das könnt ihr ja gerne auch nochmal rekapitulieren, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich habe es einfach ein bisschen übertrieben mit 16 Körbels gleichzeitig zum... Das war vielleicht ein bisschen viel gewollt. Vielleicht war das ein bisschen viel gewollt. Zack. So, dann müssen wir nur einen ganz kleinen Hüpfer an die Leiter machen. Das kann man notfalls auch ohne Jetpack. Okay. Check. Jetzt brauchen wir... Inventar-Lösung. Inventar. Genau. Den Storage-Locker. Den großen Storage-Locker hätte ich genommen. Die Leiter dann noch unterm Heatshield. Ist sie... Das Heatshield ist ja hier. Aber ich werde die Leiter vorm Rückflug dann abbauen. Oder im Rückflug dann abbauen. So, jetzt gucken wir mal. So hätten wir Zugang zum Safe. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier alles reinbekommen. Also, Dinge, die wir auf jeden Fall brauchen im Safe. Wir brauchen Werkzeug. Und zwar gerne mehr als eins. Wir brauchen unbedingt Fuel Cells. Muss man die irgendwie einstellen? Wenn ich die standardmäßig anbaue, ist das eine... Muss ich da was ändern? Scheint so zu funktionieren, oder? Ich sehe jetzt gerade nichts, womit ich es umstellen kann. Das heißt, wir nehmen eine Fuel Cell mit. Und wir nehmen noch eine zweite Fuel Cell mit. Und wir wollen den gleichen Fehler ja nicht bei uns haben. Wir nehmen für uns selber auch eine Fuel Cell mit. Damit wir arbeiten können. Und jetzt kommt der spannende Part. Jetzt müssen wir mal gucken, wo finde ich den Stuff. Also, ich nehme eine Resource Transfer Station mit. Dann können wir Ressourcen transferieren. Und ich nehme zwei Ports dafür mit. Ich nehme primär deswegen mit. Um sie dann anzubauen. Und weil es wie ein Gesicht aussieht. So. Oh. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall Nahrungsmittelvorräte. Für die Freaks, die da noch sitzen. Dann können wir ihnen das noch anbauen. Wie groß ist das jeweils? 61, irgendwas. Wie viel kann ein Kerbel in sich tragen bei einer EVA? Das könnte sonst schwierig werden, ne? Vielleicht machen wir das tatsächlich anders. Und bauen die Dinger an. Dann können wir das umfuelen nachher. Vier Stück für eine Person. Das sollte locker reichen. Gut, dann haben wir das. Wir haben Werkzeug. Wir haben Fuel Cells. Ich verliege gerade. Ja, eine Antenne kann man machen. Muss man aber nicht. Ich glaube, wir haben Essen. Wir können transferieren. Batterie. Batterie ist ein guter Punkt. Sollten wir vielleicht noch irgendwie zwei kleine mitnehmen. Jetzt reicht. Wir haben ja sonst eine Fuel Cell dabei. Und Solar. Also wenn alle Stritte reißen. Haben wir noch Batterien. Die können wir dann da gegebenenfalls noch einsetzen. Falls das zu knapp wird. Okay. Das sieht so schlecht alles gar nicht aus. Dann haben wir die Rakete fertig. Die hat auch relativ viel Delta-W. Um sportlich Richtung Moon zu fliegen. Jetzt werden wir aber gucken, dass wir tatsächlich noch ein bisschen overcommitten. Um das Ding schnell vorwärts zu bringen. So. Dazu brauchen wir als nächstes einen Decapler. Das kann man ein bisschen kürzer stellen, würde ich sagen. Ja, hoffentlich ausreichend. Gut. Das Ganze packen wir in Faring. Packen wir es in Faring? Ja, es hat schon ein paar eigenartige Anbauteile dran. Das sollten wir in Faring einpacken. Wir fliegen 2,5 Meter. So, und damit haben wir eine Payload von knapp 16 Tonnen, wenn ich das richtig sehe. Also, 16 Tonnen zum Moon in relativ kurzer Zeit. Ich glaube, das ist lösbar. Ich probiere es mal sehr einfach zu lösen, damit es nicht noch unnötig teurer wird. Da ist ja auch eine Pudel. Das müsste eigentlich reichen, um uns 0,7 und 2.000 Delta V. Das ist relativ gut. Sehr schön. Okay. As simple as it gets. Also, wir machen jetzt wirklich keine fancy Dinge damit. Wir werden einfach nur straight und hoffentlich geradeaus zu Moon fliegen. So, und ich hoffe, wenn wir das hier mit einem... Ah, Maincell wird ein bisschen teuer, aber es ist wahrscheinlich die einfachste Variante, das zu tun. Und guck mal, es gibt uns direkt 1,45er Trust. 2, sind wir hier schon bei 4. Das kann man eigentlich so machen. Das ist das Kontrollzentrum kaputt gegangen. Nee, ich stream heute mal ohne Greenscreen. Ich sitze heute mal in meinem persönlichen Kontrollzentrum. Also, das ist eine Wand. Wir nennen es Wand als Hintergrund. Etienne, vielen lieben Dank für den Risshub. 29 Monate schon. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich überlege gerade, ob wir noch Booster mit reinnehmen tatsächlich für den Start. Aber eigentlich könnten wir das tun, ne? Wir sind preismäßig echt noch ziemlich okay. Nee, die Zeit läuft nicht, während ich im Fab bin. Deshalb kann ich hier in Ruhe bauen, ohne mich zu stressen. Das ist der große Vorteil der Fab, dass die Zeit hier stillsteht, wie du sehen kannst. Also, die Alarmblock läuft nicht runter. Sonst würde es noch unangenehmer werden vom Zeitfaktor. Okay, aber der Hintergrund ist sehr angemessen. Sehr, sehr angemessen. Vor allen Dingen zum Thema Moon passte heute sehr. Ich weiß gar nicht, Neo, sieht man deine Rakete eigentlich auch stehen? Hier, die 3G-Gedruckte. Das ist halt leider weiße Rakete vor weißem Hintergrund. Ich möchte nochmal lobend erwähnen, dass sie da auch ihren Platz gefunden hat. Gut, ich glaube, wir nehmen Booster noch mit. Einfach, weil es geht. Warum habe ich andere Texturen? Weil ich ein ziemlich großes Modpack installiert habe. Oder das kannst du dir selber auch installieren. Und zwar, wenn du Ausrufezeichen... Fuck, ich habe so lange Pause gemacht. Ich habe den Befehl vergessen, Ausrufezeichen. C-K-A-N machst. Dann kriegst du einen Link zu meinem C-K-A-N-Mod-Set. Mit dem du auch andere Texturen bekommen kannst. Ganz konkret ist das Mod, was die anderen Texturen macht. Restock nennt sich das. Also Restock selber. Restock selber verändert nichts am Spielerischen. Gibt dir aber diese etwas anderen Texturen, dass Dinge besser zueinander passen. Das heißt einfach nur Restock, wenn es dir nur darum geht. Ansonsten unter dem Link findest du auch das komplette Modset. In tutto completo. So, äh... Tja. Wie machen wir es? Wir machen es mit Abstand. Nicht nur Social Distancing, auch Booster Distancing. Ganz wichtiges Thema auch heutzutage. Und jetzt gucken wir mal, was die so kosten. 9000 ist ganz schön teuer. Tatsächlich 2700 klingt wie ein vernünftiger Preis. Pro Booster-Einheit. Dann nehmen wir die nämlich noch mit. Für den Anfang zumindest. Platzieren die einmal auf einer angemessenen Höhe. Ich muss mal kurz raus scrollen, damit ich das sehen kann. Zack. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir hier nämlich am Anfang noch ein bisschen, ich sag mal, Unterstützung. Autostraten. Dann autostraten wir den Staff hier noch komplett durch. Zack. Tillian, dann ganz herzlich willkommen im Stream. Und vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Livestream-Curbonauten. Wenn du vorher schon YouTube geguckt hast, ist das ja nur so mittelneu für dich. So. Das Ganze jetzt noch auf eine Startrampe. Und dann war es das für knapp über 50.000. Und davon, denke ich, werden wir gut und gerne, na, lass mal schauen. Na gut. 5.000 zurückbekommen. Okay. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen was zurück über Massive Scale Launch. Jetzt mal gucken, ob es reicht. Gewichtsmäßig. Startrampe noch ran. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine okayische Rettungsmission. Okay. Ich glaube, so kann man das fliegen. Und dann schauen wir mal. Wir haben insgesamt fast 7.000 Delta V. Das sollte eigentlich für einen sehr schnellen Anflug reichen. Und mit dieser Rakete und ich sag mal noch 2 im komplett gleichen Style sollten wir eigentlich einen Großteil erstmal gerettet bekommen. Ich glaube, 4, 4 Piloten hatten wir gesagt. So, wenn wir 3 weitere Piloten machen, dann haben wir schon mal 9 Körbels evakuiert. Und dann haben wir noch 2 oder 3 Touris mit dabei. Das müssen wir gleich mal checken, wenn wir oben sind. Für die Touris müssen wir uns halt etwas überlegen, wie wir die ganze Geschichte gedockt kriegen. Natürlich nachher. Das wird nochmal ein bisschen eine Herausforderung. Da lassen wir uns aber auch was einfallen, wie wir die Touris zurückbekommen. Erstmal stabilisieren wir die Situation jetzt mit den ersten 1, 2, 3 Missionen. Damit wir möglichst schnell die Gesamtsituation da oben auf dem Moon wieder unter Kontrolle haben. So, und Mimir, vielen lieben Dank für den Wieshab im 30. Monat schon. Dankeschön. Und damit, hätte ich gesagt, checken wir nochmal. Piloten haben wir drin. Das ist okay. Safe. Und... No. Gott, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt noch ein Desaster wäre echt schlecht. Jetzt noch ein Desaster obendrauf. Würde die Sache nicht besser machen. Ja, für die Touristen, wie gesagt, überlegen wir uns, was das beurteilen wir erstmal vor Ort dann. Vielleicht können wir auch ganz einfach tatsächlich einen der expandable Docking Ports, also wir haben ja so aufblasbare Docking Ports vor Ort, wenn wir die ein bisschen umbauen können mit einem, mit einem Engineer, ist das vielleicht sogar eine Option, da anders mit umzugehen. Das gucken wir uns aber vor Ort an. TikTok, TikTok. Okay, das mache ich mal aus, das erzeugt zu viel Druck bei mir. Okay, Freunde. Schub an. Und los geht's. Okay, wir gehen jetzt mal kurz aus. Okay, ich lasse ihn das jetzt auf den Boostern machen. Aber mehr Schub gleich noch, oder mehr Sprit übrig auf den Hauptrittberg. Jetzt schnell genug im Moment. Das ist ja bisher auch sehr sauber gelaufen. Gehen wir erstmal ein bisschen Schwung raus. Wir legen jetzt langsam die Nase runter. Nicht zu schnell. Das sieht aber ganz gut aus. Also wir haben schöne Kontrolle über die Rakete. Und noch relativ viel, viel Booms dahinter. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen die Sporen, dass wir hier noch aus der Atmosphäre rauskommen. Also 52 Kilometer Höhe, wird schon prognostiziert. Sieht sehr gut aus. Fliegt sich einwandfrei. Warum zocke ich auf Englisch? Ich habe tatsächlich damals angefangen, als es noch weit, weit, weit weg war von der deutschen Synchronisation oder Übersetzung. Und habe mich halt sehr dran gewöhnt, auf Englisch zu spielen. Das heißt, für mich selber spiele ich auf Englisch. Die Tutorials habe ich mittlerweile tatsächlich auf Deutsch umgestellt, weil ich mache ja deutschsprachige Tutorials. So, wir können hier mal so tun. Aber tatsächlich spiele ich selber, wenn ich es für mich einfach nur spiele, lieber auf Englisch. Gewöhnungssache. Die Tutorials sind sehr gut unterwegs. Jetzt, wir haben sehr, sehr viel Sprit übrig. Auch in der Stage schon. Wir können also sehr, sehr, sehr gut Richtung Richtung Moon raus beschleunigen gleich. Also, for now. We are fine. So, wo sind wir denn? Wo ist der Moon? Wir sind da. Okay, das heißt, wir müssen noch eine halbe Drehung fliegen. Also, das sieht alles schon recht gut aus. Ich bringe uns jetzt mit der APO ab. Das ist erstmal so auf 80 Kilometer. Das reicht. Und jetzt coasten wir ein bisschen. Okay. Erster Rutsch. So weit in Ordnung. Genau. Ich spiele nicht in 1080p. Ich spiele tatsächlich in 1440p und habe das runterskaliert. Also, dadurch sieht vielleicht manches ein bisschen höher auflösend bei mir aus. Das ist 1440p und runterskaliert auf 1080p für Stream. Also, das mag sein, dass dadurch ein paar Sachen anders aussehen, schlicht und ergreifend. So, wir coasten jetzt so ungefähr auf 30 Sekunden bis zur APO-Apsis. 3 Stunden 39, also wir haben noch ein bisschen Zeitpuffer danach, aber eigentlich sollte unser Ziel sein, vorher da zu sein. Damit wir sie nicht ohne Strom auf dem Moon sitzen lassen. Ich glaube, ich habe wirklich an alles gedacht. Da kann ich jetzt nicht ran, aber... Hoffentlich geht das gut, Leute. Hoffentlich geht das gut. Okay, ich fahre gleich das Triebwerk wieder hoch. Dann werden wir erstmal unseren Orbit zirkularisieren. Und vielleicht... Vielleicht wird etwas Glück auch noch Geld von Massive Scale Losers zurückbekommen, aber ich glaube, so schwer ist unsere Rakete tatsächlich nicht. 30 Tonnen, doch, das könnte reichen. Über 20... Über 20 wird es noch Kohle geben, glaube ich. Wenn auch nicht viel. Das könnte hinhauen. Was hat die Mission gekostet? Ich glaube, 59k, ne? Spannung. Boom! Und damit sind wir runter auf 19k Kosten. Ne, ich glaube, 59 hat sie gekostet und 5k kriegen wir durch die Kapsel nachher wieder zurück. Und 40.000 haben wir jetzt gerade bekommen. Das Ding ist relativ safe noch über 20 Tonnen, ne? Ja, 28 Tonnen. Das heißt, wir können bei jedem Flug mit einer Rückerstattung von 40.000 rechnen. Achso, vielleicht meintest du auch 40.000 bekommen wir zurück. Dann hast du natürlich recht gehabt, Nikolai. Das bringt das Ganze natürlich finanziell in eine sehr angenehme Ebene. So, jetzt suchen wir uns einen Abflugvektor Richtung Moon. Ah, gut, danke schön für 100 Bits. Vielen Dank. So, wir werden, ich muss ein bisschen eher starten, wir wollen ja einen schnellen Anflug machen. Also werden wir auch den Mond deutlich eher erwischen, als das normalerweise der Fall wäre. Das ist aber doch ein bisschen arg viel. So, wann sind wir da? Wir sind da in 2 Stunden 44. Ein bisschen mehr Zeit hätte ich gerne noch. Weil Orbit-Stelle suchen zum Landen und so weiter und so fort. Wir sind momentan bei 3 Stunden 36. Wir haben jetzt also eine Stunde Puffer mit dem Ankommen. Das würde ich gerne noch ein bisschen stretchen, auch wenn ich so auf unser Delta-V-Budget gucke. Ich würde gerne 1.100 investieren. 1.100 Delta-V. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Wir müssen das nachher natürlich auch noch bremsen. Und Zulfi-Tarab, vielen Dank fürs Follow. Hallo, ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten Gerabel-Pablone. Vielen Dank für den 29. Monat. Holy, holy, holy. So, wir gehen schon mal schön nah ran. 1.100 Delta-V investiert. Wir sind in 2 Stunden 20 dann da. Das gibt uns eine Stunde 16 ungefähr Zeit. 1.1 und eine Viertelstunde, um unseren Orbit zu zirkularisieren, die Stelle zu treffen und zu landen. Wird spannend. Wird auf jeden Fall spannend. Warum ich das mache? Ich will diesen Sprit hier auf jeden Fall vollumfänglich investieren, weil wir haben ihn. Und ich will das Zeitfenster so klein wie möglich halten und die Fehlertoleranz so hoch wie möglich, was Zeit angeht. So, das heißt für uns, wir können schon mal in Richtung Manöver vorspulen. Der Strom hält so lange. Das sind nur ein paar Minuten. Da ist jetzt auch wieder Sonnenlicht. Okay. Jetzt bewegen wir uns auf unser Manöver zu und werden das hoffentlich sehr erfolgreich brennen können. Achso, wir sind genau falsch rum, ne? Ich wollte mit dem... Was ist denn das für ein komisch angeordneter Command-Port? Der hat seine Tüte seitlich. Okay. Jetzt habe ich das Prinzip auch verstanden. Okay. Also, das wird ein sehr schneller Flug zum Moon. Ich schicke sofort eine zweite Kapsel hinterher, wenn die hier den Inject hinter sich hat. Genau. Und dann noch eine dritte. Also, ich schicke jetzt sehr schnell hintereinander drei Raumschiffe los, die dann quasi landen werden. Damit wir in einer schnellen Frequenz Verstärkung jetzt kriegen mit Nachschub. Und unsere Körbonauten da vor Ort retten können. Und natürlich auch die Tubis. Also, was ich jetzt losschicke, sind erstmal die ersten drei... Vier, drei, mal gucken. Missionen. Wahrscheinlich drei. Damit wir erstmal die Körbonauten soweit gerettet haben und... ...ein Konzept uns überlegen können dann für die... ...für die Tubis. Ich sage, so viele Piloten. Ja, es gibt noch so viele Piloten. Also, das ist safe. Ich kann jetzt hier langsam mal... Die Sonne ist weg. Das Licht ein wenig runter dimmen. Ach, hier kann man, glaube ich, das Licht auch ein bisschen runter dimmen. Ich hatte das vorhin hochgedreht. Ambiance Light Boost. So, alles wieder auf Original. Aber das hier ist eigentlich jetzt gerade die wichtigste Mission. Also, Anthrax muss jetzt auf jeden Fall sehr erfolgreich da ankommen und schnell. Weil der hat am meisten Zeitpuffer und kann potenziell mit dem Werkzeug und dem... ...mit der Fuel Cell dafür sorgen, dass eigentlich an dem anderen Raumschiff erstmal so eine Selbstversorgung stattfinden kann. Solange es auf dem Moon noch dunkel ist. Weil Sprit ist halt in dem Raumschiff noch drin. Und das sollte dann für einen Großteil der Probleme eigentlich reichen. Also, wir sind schon längst am Moon angekommen. Wir machen jetzt eigentlich noch das draus, was wir wirklich vorhaben. Ich habe eine völlig übertriebene Beschleunigung, um sehr viel schneller da zu sein. Etwas über zwei Stunden zum Moon. Das ist auch ganz okay, denke ich. So, gucken wir uns das nochmal am Moon an. Ich glaube, ich muss hier nicht mal eine großartige Mid-Cost-Correction machen. Ne, wir sind ungefähr äquatorial. Alles gut aus, soweit. Okay, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erstmal fliegen. So wie er ist. Ah, Solarpanels stehen im Licht. Wir haben noch 200 Meter pro Sekunde im Tank. Wir müssen nachher zum Bremsen... Ganz gut was investieren, ne? Gut, logisch. Wir haben ja auch ordentlich Gas gegeben. Da gehen nochmal 1000 weg. Das ist völlig in Ordnung bei der Rakete. So, das kommt auch in die Alarmglock rein. Damit wir die Dinger nicht verpassen. Sonst fliegt der sonst wohin. So. Gut. Anthrax ist unterwegs. Wir schicken den nächsten Piloten los. Engineers sind schon auf dem Moon. Die habe ich da schon mal vor zwei Monaten entsorgt. Die können dann gerne das Schrauben übernehmen. Also ich brauche... Ja, ich brauche einen Engineer, aber die sind schon da. Gott sei Dank. Okay, wir starten die gleiche. Die gleiche Rakete jetzt nochmal. Und dann nochmal. Ich glaube, im ersten Schwung mit drei Raketen sind wir ganz gut unterwegs. Dass wir da schnell arbeiten können. So. Die Rakete hier bringt Werkzeug mit. Natürlich. Jo, hast du denn nicht aufgepasst? Hier ist doch... Hier ist doch ein feines Werkzeug drin. So, Fuelzels brauchen wir dann nicht mehr. Hier könnte man sich tatsächlich mal überlegen. Ob wir eventuell... Ob wir eventuell... Hm. Hm. Kniffel. Ich überlege tatsächlich, was wir hier jetzt machen. Das wäre ja ein reines Rettungsraumschiff. Das braucht eigentlich den ganzen Schnodder nicht. Das hier wäre okay. Ein bisschen Essen schadet nicht. Das können wir dann auch umbauen. Doch, wartet mal. Ich glaube, den Save könnten wir trotzdem für was nutzen. Ein paar kriegen wir da. Ich überlege gerade wegen Andocken. Also, die erste Rakete hat dafür alles. Die ist jetzt eine reine Rettungsrakete eigentlich. Okay, die fliegen wir einfach auch erst mal noch so. Zack. Crew alle mal raus. Und... Wöller übernimmt das Steuer. Und wird sich... ...um die Rettung kümmern. So. Den schießen wir jetzt erst mal so hinterher. Der hat jetzt nur Essen nochmal mit dabei. Und könnte potenziell... Also, kann das Essen transferieren. Kann drei Leute mitnehmen auf dem Rückflug. Genau. Und für das nächste Ding müssen wir dann uns mal was überlegen, wie wir die Turis rausholen. Vielleicht fliegen wir auch erst mal nur mit zwei Raketen. Ich glaube, das reicht auch erst mal. Und dann überlegen wir uns ab da eine Rettung für die restlichen... ...zehn sind es, glaube ich. Obwohl, eine dritte Rakete würde sich schon noch lohnen. Warum fliegst du mit Pilot und nicht mit Probe-Core? Weil ich sicher gehen will, dass es nicht an Funkkontakt scheitert. Ich bin da vielleicht ein bisschen paranoid. So. Und los geht's. Nächster Start. Aber ich traue der ganzen Schose nicht. Okay. Und los geht's. Unser Weg zu den Stern sieht gut aus. Und los geht's. Wir wissen, dass wir genug Schwung und Schub und alles haben. Also können wir auch direkt alles überdrehen. Die Kontrolle ist ja da. So. Ich glaube, dass die gestrahlte Ecke, die ist richtig kaputt. Vermute ich zumindest. Wir können dann mal sehen, wenn wir Werkzeug vor Ort haben, was noch zu machen ist. Aber ich glaube, die ist durch. Aber ich glaube, die ist durch. Aber ich glaube, die ist durch. Ja, wie gesagt, das auf der Seite liegen könnten wir mit einem Ingenieur und allem drum und dran sogar hinbekommen. Wir müssen halt mal gucken. Ich weiß es auch nicht mehr nach zwei Monaten, wie viel an dieser Rakete noch funktional ist. Jetzt ist erstmal der erste Schwung dafür zu sorgen, dass wir so viel wie möglich an Körbels retten und uns Zeit kaufen. Vor allen Dingen auch Zeit kaufen. Damit wir sicher gehen können, dass hier nichts Schlimmes passiert mehr mit den Piepels da oben. Weil ich habe da fast die Hälfte meiner Zuschauer-Körbels gerade in der Mission drin sitzen. Und da würde ich gerne für sorgen, dass die in einem Stück zurückkommen. Das ist für mich erstmal so. Primärmission ist Leben retten. Deshalb würde ich schon gerne gucken, dass wir das ordentlich hinbekommen. So, ich booste auch hier wieder auf 80 Kilometer hoch. So, dann schauen wir mal. Habezykularisieren erst und dann kommt der Schuss raus. Das ist okay. Ziel setzen. Okido. Kurze Coasting-Phase. Gehen wir so auf 20 bis 30 Sekunden vor der Apoapsis, bevor wir unser Raumschiff in eine saubere Umlaufbahn stecken. Das sieht normalerweise ganz gut aus. Die Regeln für die Science-Verteilung sind einfach, du guckst halt zu und dann werden die halt verteilt. Und ab und zu taucht so eine kleine Schatzkiste unten auf. Und wenn du da draufklickst, dann kriegst du ein paar Bonuspunkte. Und je regelmäßiger du bei den Streams dabei bist, umso mehr Bonuspunkte bekommst du. Ich glaube, man kann so Streaks machen. Also, wenn du jeden Stream siehst, gibt es irgendwie mehr. Tudu. Genau, ansonsten, das genaue Systeme haben wir auch noch nicht durchblickt, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen ziemlich straightforward. Gucken, gleich Science-Punkte. So. 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 Das dürfte uns gleich wieder 40.000 zurück in die Kasse spülen. Mit den etwas gesparten Kosten durch das leichte Zurückbauen haben wir damit dann unseren Verlust an diesem Raumschiff noch weiter reduziert. So. Spannende Musik so dann haben wir das dann bereiten wir unsere manöver vor ist hier eigentlich transporte na dann so wir investieren wieder 1100 den schuss so jetzt müssen wir noch machen dass wir den mun treffen das ist okay dann haben wir hier auch unser manöver vorbereitet in sechs minuten ist es soweit ich drehe uns schon mal in richtung des manövers ein bisschen ein und dann ist halt drauf an würde ich sagen hatte ich die fensterchen schon raus ja die solarzellen so ja nun vielen lieben dank für 15 monate abo dankeschön und auch nicht vielen dank fürs follow damit zu mir sicher du hast schon gefolgt aber trotzdem danke gleich geht es los dann haben wir ja auch noch mal so 250 260 meter pro sekunde nachher übrig um wieder zu bremsen das sieht glaube ich ganz gut aus und ich würde jetzt fast sagen wir belassen es erst mal bei einer zweier flotte tatsächlich weil ich glaube damit kriegen wir die sache aus dem grübsten raus und können uns erst mal bild vor ort machen dann haben wir nicht zu viele dinge nicht zu viele bälle gleichzeitig in der luft zum jonglieren in unserem fall raumschiffe wir können erstmal das grübste retten und gucken uns dann mal an was wir mit den anderen machen weil das essen kriegen wir hin strom kriegen wir durch die viel zelt hoffentlich auch gelöst ich bin mir relativ sicher dass wir das durch die viel zelt gelöst bekommen habitation haben wir eigentlich genug fragen ist halt was schauen wir mal schauen wir mal das schauen wir uns vor ort an ich will jetzt gar nicht spekulieren lasst uns das desaster noch mal vor ort dann angucken wenn wir mit der nächsten rakete gelandet sind und die erstmal aus der aus der absoluten notlage befreit haben dann dann ist der zeitpunkt um uns zu überlegen wie wir weitermachen erstmal erstmal die katastrophe überwinden einfach weg ignoriert kann er so was heißt denn rum weil ich kenne klippen und ich würde in dem falle zumindest insofern rum dass der wöller am steuer sitzt und diese rakete gerade fliegt so 30 kilometer gut abgehakt wir sind ebenfalls unterwegs ziemlich ähnliche flugzeiten zwei stunden neun aber gut wir haben auch dann gleiche die gleiche delta wie menge investiert ne 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 das ist ja das ist ja ein spiel was auf einer annahme übt also das ist ja das ist ja eine parallel welt das ist ja ein wöller kürbel und der wöller kürbel ist ein veteranen pilot der kann richtig gut fliegen hoffen wir alle so zack beauty dann können wir eigentlich hier nochmal kurz checken drei schattel zum orbit verloren manchmal ist halt der wurm drin so elektron steht das sieht gut aus ok dann gehen wir zur anderen rakete rüber und werden die erste rakete schon mal am moon in orbit bringen und auf die landung vorbereiten ich denke dann werden wir vorher noch die andere in den orbit fangen dann haben wir ein bisschen zeit und bringen dann die erste schon mal runter dann müssen wir mal gucken dass wir eine relativ zielgenaue landung hinbekommen das wird auch noch mal spannend aber hauptsache wir flippen nicht nochmal auf jeden fall sind wir schnell unterwegs das ist doch schon mal viel wert so die truppe ist natürlich jetzt so richtig auf der dunklen seite des mondes aber warum soll es auch einfach sein ne ich mache erstmal nur zwei raketen tatsächlich und werde dann die lage vor ort mal beurteilen ob wir die eventuell sogar in zustand versetzen können dass sie sich selber retten der rest oder oder ob wir tatsächlich dann noch eine rettungsmission konzipieren mit der wir halt die theorie die die theorie genau die theoristen ja genau die theoristen das ist wie touristen nur dass die nur für die kirche unterwegs sind oder nur physische theoretiker auf jeden fall die touristen halt auch noch transferieren können oder halt die vorhandene rakete fit genug bekommen dass wir die touristen tatsächlich zurückkriegen und ein da hat sich unter das overlayen umschalten zum laser gelegt richtig gut was genau das was ich gebraucht habe ungefähr 30 sekunden vor dem manöver ja cool guck mal ein laser geliebt dankeschön schön dass du funktionierst wir danken dir für deinen stetig guten einsatz kann ich jetzt zu meiner mission zurück wow wow sie konnte es nur so weit kommen dass die hälfte aller zuschauer können auf dem moon hocken und man von rettungsmissionen spricht eventuell beantwortet ihr die letzte folge das vielleicht vielleicht durch mein versagen aber nur vielleicht und ich finde versagen ist auch ein sehr hartes wort in dem fall vielleicht sind kleinere fehler passiert auf dem weg okay was jetzt passiert will ich wissen was jetzt passiert ist ich nicht okay wir sind in einer gesunden höhe wir sind gesund unterwegs das ding hier wird uns verlassen auf jeden fall in der sonnenumlaufbahn stört dann also auch nicht als weltraum schrott alles ist super zündungen 3 2 1 und los geht's auf jeden Fall 10 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 genau das sollte der erste versuch einer kolonisation werden leider haben wir das haus das essen das wasser wir haben einfach alles vergessen okay wir haben einfach alles vergessen gibt es dazu ok soon to be orbit in 17 minuten kommt dann die nächste kapsel reingerauscht sieht aber ganz gut aus dass wir da noch nicht uns für uns für eine landung entscheiden mussten und knappe eine also ein überflug Okay, okay. Oh Gott, das ist deutlich weniger großer Puffer an Sprit, als ich mir das gewünscht hätte. Gut reichen müssen. Okay, das haben wir. Dann können wir jetzt gleich noch ein bisschen den Kram hier runterklappen. 5 Minuten, ja. So, dass wir auch wirklich über die Stelle hier kommen. Das sind reichlich knapp mit dem Delta V. Ich bin im Flug nach Hause noch. Auf Wiedersehen. Okay, das mal überfliegen wir noch schnell, ja das wird knapp, ja ich kann mir ein bisschen Sprit abzapfen, das ist insgesamt, ich brauche ungefähr 600 zum landen, ich brauche ungefähr 600 zum starten, ich brauche ungefähr 300 zurück, also 1,5 ist okay. Mh, mehr Puffer wäre cool gewesen, sagen wir es mal so, so wir korrigieren jetzt schon mal ein bisschen für den Landeanflug, ich weiß noch nicht, ob ich diesen Orbit schon Landeanflug machen kann, oder ob das knapp wird mit dem anderen zum Bremsen, aber ich muss jetzt muss auf jeden Fall Wöller in seinen Orbit einbremsen. Okay, wir haben jetzt einen Überflug und wir haben den, wir sind direkt über den in 14 Minuten, das kann hindern, wenn wir nicht zu lange brauchen, um Wöllers Burn zu machen, kann das funktionieren, dass wir da noch sinnvoll, ich bringe ihn erstmal nur in Orbit, tatsächlich sobald er seinen Orbit schließt, springe ich rüber auf die andere Mission, das wird reichen müssen, so ich glaube ich mache jetzt langsam mal Licht an. So, wir haben 2 Minuten 56 für den Burn, das könnte alles ganz gut hinhauen. So, wo ist er, er ist gar nicht so schlecht positioniert. Wir haben noch 1 Minute 42 bis zum Burnstart, ich glaube ich werde ein bisschen früher starten, 30 Sekunden, ob das völlig okay wäre. Delete, Close. Also, ich starte 30 Sekunden vor der Zeit mit dem Burn, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen, das Manöver da ordentlich zu machen mit der Landung. Taddleo, vielen lieben Dank fürs Follow und Submarine One, vielen lieben Dank für den Resub im 17. Monat schon, Dankeschön. So, die Stage ist leer, Next One. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu niedrig kommen. Das ist jetzt so ein bisschen der Nebeneffekt des frühen Bremsens. Bis 20 Kilometer bin ich erstmal relativ entspannt. Eigentlich bin ich aber bis 15 Kilometer völlig entspannt. Wir müssen eh tief runter. Ja, noch sieht das gut aus. Noch können wir das schön einbremsen. Come on, come on. Ich muss auch noch einen kurzen Moment, bis ein Orbit ist. So, jetzt kommt die Wir müssen jetzt um, что dine viel Kummer zu machen. Und ich komme jetzt um ein Ohr, komm mal bei denكن nicht mehr. Ich muss时, wenn wir ein Orbit ist, Sí, die pressing sind,usto Corinth. Ich muss hier phenomenon erschnовать. Oh, das sieht noch lange nicht aus. Okay, reicht das mal? Wie lange braucht man? 3 Stunden, ein bisschen, aber es ist okay. Dann gehen wir jetzt rüber und machen den ersten Anflug. Mal gucken. Mal gucken, ob wir die sauber runter bekommen. Das wäre relativ wichtig. Sonst wird es unangenehm. Okay, ich fange jetzt an zu bremsen. Also der Anflug an sich sieht gar nicht schlecht aus, dass wir übers Ziel drüber gehen. Okay. 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 Kleine Korrektur. Okay. 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 Gut, genug würde ich sagen. Bisschen Schiss vorm Suicide, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe zu wenig. Vielen Dank. Das war's für heute. Das ist doch wohl das Beste für die Söhne, ne? Das ist doch wohl das Beste für die Söhne. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich verstehe die Lagerregelung gerade nicht ganz. Ich verstehe es gerade nicht. Entschuldigt. Ich glaube, ich habe es gerade eher verschlummibessert. Ich werde jetzt erstmal kurz landen. Ich habe die Beine nicht umgestellt. Ich hatte befürchtet, dass sowas passiert. Komm, auf dich auf. Nein. Ich hatte befürchtet, dass sowas passiert durch die Seitwärtsbewegung. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall selten wir erstmal die Solar Panels und wir schmeißen unsere Stromerzeugung an. Okay. Strom läuft. Das ist schon mal gut. Jetzt körbeln wir ein bisschen. Indem wir uns da ran robben. Das ist gut. Damit kommen wir da sauber hin. Alles wie geplant. Das ist mein Rover Modus. So, jetzt rovern wir erstmal rüber zur Hauptmission. Ja, hättet ihr nicht gedacht, dass das Ding auch einen Rover Modus hat. Tja, unverhofft kommt oft. Wir sind gleich da. Da liegt es schon. Dann können wir mal gleich gucken, ob wir das Ding hier aufgerichtet bekommen. Ich glaube, mit dem Reaction Wheel und so haben wir ganz gute Chancen. Das Ding hat ein starkes Reaction Wheel und RCS. Ich sehe da gute Chancen, dass wir das schaffen könnten. Mal sehen, ob das reicht, um uns hinzustellen. Aber wie gesagt, ein Problem nach dem anderen. Im Moment ist der Rover Modus für uns eine ganz feine Sache. Da wir uns nämlich gerade schön ranrollen können. Das Einzige, was mir wirklich ein bisschen Sorgen macht, ist, wir haben sehr viel Sprit verbraucht mit diesem Rumgeeier, was ich da fabriziert habe. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das gelöst bekommen. Das reicht jetzt gerade noch für den Moon Orbit. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Eigentlich gerne so, dass die Seite dann direkt zum Fahrzeug zeigt. Das heißt, wir müssen so rumrichten wir uns auf. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob das reicht. Ihr Pitch roll on. Na, reicht nicht, oder? Bisschen Schwung holen. Vielleicht nicht ganz Okay Das jetzt aber auch erstmal nicht so wild Das Ding zeigt in die Richtung Damit können wir arbeiten, würde ich sagen Ungu Ist Ungu ein Ingenieur Mechanic, okay Du hast hier gerade nichts verloren Ich geh mal Dahin, wo es schnuckelig ist Achso, Shitty ist alles voll Ungu Gute und schlechte Nachrichten für dich Okay, das Ding liegt auch noch auf der Seite Wer ist hier drin? Wer ist hier drin? Tanja Medic Okay, Tanja If A, please So Tanja bekommt jetzt die sehr wichtige Aufgabe Sich nicht das Kreuz zu brechen Und hier mal für ein bisschen Außenbeleuchtung zu sorgen Während ich arbeite Tanja ist quasi mein Mobiler Scheinwerfer Tanja, ich hinfallen Tanja, sehr gute Arbeit So Engineer Explo Kerman Wo bist du? Okay, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt Aber wir finden Explo sitzt hier Transfer Crew Explo Kerman Da rein Sehr gut So, dann kann Explo jetzt eine EVA machen Wenn ich ihn wieder finde Licht an Loslassen Runterfallen Und sich das Kreuz brechen Und los Okay Sehr gut Dann schauen wir mal Also Irgendwie sieht es optisch erstmal nicht so aus, als ob es besser geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen Aber wir arbeiten dran Inventory Zack Sehr gut, das passt schon mal rein Sehr gut Wir können schon mal eine Fuel Cell anbauen Das ist schon mal richtig viel wert Weil das sorgt schon mal dafür, dass wir hier Eine gewisse Zeit Reserve gewinnen So, das bauen wir jetzt erstmal irgendwo an das Mittelteil ran Damit haben wir nämlich schon mal den schlimmsten Teil Nämlich den absoluten Zeitdruck Von Alle sterben innerhalb sehr kurzer Zeit Nämlich weg Sehr gut So Wenn wir die jetzt nämlich anmachen Strom, Freunde Strom Und wir haben hier noch ganz gut Fuel drin Sogar Also hier Hier ist noch was geboten Triebwerke ist ein bisschen ungleichmäßig verteilt Um es mal nett zu formulieren So Dieses war der erste Streich Und der zweite folgt sogleich Wobei ich ja auch überlege, wie der zweite aussieht, ehrlich gesagt Aber müssen wir gleich mal gucken So Zack Der zweite sieht auf jeden Fall so aus, dass wir einmal so ein Anschlussfropfen hier ran machen Dass wir das Ding versorgen können Dann können wir nämlich mal Nahrungsmittel übertragen Das gibt uns auch wieder ein paar Stunden Ist denn schon mehr gestorben? Ne, ist ja noch niemand gestorben Noch geht es allen gut und ich habe vor Dass das so bleibt So Dann haben wir das Sehr schön Und jetzt Oh, hingefallen Hingefallen Fürchterlich hingefallen Entschuldigung Tut mir leid Hat bestimmt weh getan im Gesicht Ah, sehr gut Ich krieg das rein Ach, Gott, oh Gott Was hab ich alles verpasst? Tonobo Vielen lieben Dank Für sieben Monate Resub Und Wintermut hat Bei Wintermensa gesubt Das ist witzig Das ist tatsächlich witzig Ich habe schon die Hälfte vergessen Ich warte, ob ich noch dieses Kabel nicht mehr Und LKW direkt hinterher Vielen lieben Dank Und euch allen ganz viel Spaß Mit den Kerbel Emotes natürlich So, wir gucken jetzt mal, dass wir hier Eine Verbindung herstellen So, gut Okay, damit Damit haben wir schon mal richtig was geschafft Jetzt können wir nämlich Ich nehme mal das hier noch ab Ach, nee Das hier kann ich noch nicht abgeben Ich wollte Ich wollte erst mal das andere noch anbauen Was für putzige Trippelschritte er mag, wenn er so So fürchterlich überladen ist Sehr schön So Essen Essen Ist wichtig Zack Sehr gut Dann noch einmal Essen holen Bis wann plane ich heute zu streamen Also offiziell bis 22 Uhr Aber es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen überziehe Weil ich gerade drin bin Und gerne noch ein bisschen vorwärts kommen will So Mit O und ohne H Jetzt schauen wir mal Ob wir ihn hier noch ein bisschen fit gemacht bekommen Open GUI Resource Transfer Von unserem Gesamten Liquid Fuel Und Oxidizer Rüber in den Moonretter Achso, man kann das einfach auch beides machen Ach nee, andersrum Andersrum Warum geht hier Der Electric Charge aus? Ja, einheitlich Okay Der hat jetzt gerade den Strom irgendwie weggezogen Obwohl der Dings lief So, Moonretter ist links Ich wollte ihn tatsächlich erst mal gerade ein bisschen leichter machen Ich ziehe jetzt erst mal so viel Sprit wie möglich raus Um die Kiste leichter zu machen Weil ich sie gerne drehen möchte Deshalb ziehe ich das jetzt gerade in Die Kerbel Moon Wrackgeschichte rein Da haben wir einen sehr guten Fuel Speicher Der tut erst mal für den Anfang Weil so viel Fuel Müssen wir den nachher nicht lassen Und der braucht jetzt auch erst mal nicht so viel um seine Batterien aufzufüllen Ach stimmt der Regler Einfach mit dem Auto scale Stimmt schon Wir müssen das ja nicht ganz so abfeiern So Hier füllen wir einmal die Supplies auf Zack Hier sind nur noch ganz wenig Supplies jetzt drin Monopropellant können wir auch Ne, das wäre ganz gut Wenn wir es haben Gleich zum Aufstellen Zack, okay Close Dialog Das heißt hier wäre jetzt erst mal Die Möglichkeit zu gucken Ob wir den aufgestellt bekommen Und zwar Indem ich das hier Ups Also ich baue jetzt gerade die Landebeine ab Und irgendwie scheinen Landebeine ziemlich explosiv zu sein Also wenn ihr mal irgendwie mit Landebeinen arbeiten müsst Vielleicht einen Helm tragen oder so Fragt mich nicht warum Jetzt detachen wir das Ding erst mal kurz So, und theoretisch kann man das hier einziehen, oder? Okay Also das Ding ist halbwegs fit wieder mal Ups Arbeiten, 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 Arbeiten Nicht lägen, Arbeiten Komm Hoch mit dir Kleines Missding Ah, komm schon Roll dich Das will er nicht Er will nicht Er will nicht hoch Er will nicht hoch Das können wir aber vielleicht anders gleich lösen Ah, ich glaube da brauche ich ein paar mehr Körbels für das Ding Wiegt schon ein bisschen was, ne? 7 Tonnen Obwohl tatsächlich Ich hatte halt Schiss, dass der explodiert Aber ich hätte genug Körbels da, um das Ding aufzustellen Tatsächlich wäre die Arbeitskraft vorhanden, ne? Die Arbeitskraft wäre vorhanden Äh, Hedges Obstructed Das ist korrekt Wer sitzt denn hier drin? Körbel, Brady Carlos und Major Brady, kommst du da bei uns? Wir probieren das mal Mal gucken, mal gucken, ob das geht Ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren? Genau Tod und Verderben Aber Eventuell Ist das eine echte Option, ne? Ist einfach wieder hinzustellen Wie stumpf wäre das? Das wäre vielleicht natürlich mit Landebeinen noch irgendwie besser gewesen, aber Hey Irgendwas ist hier immer So, alle Körbels müssen mit anpacken Wer nach Hause fliegen will, muss das Raumschiff auch wieder hinstellen So einfach sieht das aus Äh So, wer ist da noch mit drin? Major sitzt da noch mit drin Zack Fragwürdig, wie ich mit eurem Körbeleben umgehe Ich bitte euch Alle helfen mit, sich selbst gegenseitig zu retten Irgendwie so So, wer steckt hier noch drin? Ungu Bitte einmal umsteigen in das da Umsteigen in das da Umsteigen in das da Umsteigen in das da So Wir sind hier Ungu, Sulanfau und Tobinon noch drin Dann müssten wir eigentlich genug Körbels haben für die Aktion Ich bin gespannt, ob das Also ob das geht, mache ich mir gar keine Sorgen drum Warum ich mir ein bisschen Sorgen mache Ist, ob es stehen bleibt tatsächlich Ich bin gespannt, ob es ist Damit haben wir jetzt sechs Körbels an der Rakete stehen Landebeine werden jetzt hilfreicher Irgendwas ist ja immer Richtig, sechs Körbels stehen an der Rakete Jawohl Dann kommt hier Körbel Nummer 7 Um das umköppen mache ich mir halt so ein bisschen Sorgen Und da kommt Körbel Nummer 8 Damit können wir dann theoretisch 8 Tonnen bewegen Wenn sich daran nichts verändert hat Das müssten jetzt eigentlich Die Gesamtrakete einfach aufheben können Machen wir mal kurz A B und N Tja Könnte ich jetzt Escape drücken Das hier nichts Schlimmes Okay Erstmal hier gucken Also SHS An RCS An Um sich zu stabilisieren Was wäre, wenn ich das hier unten grabbe Kannst du nur hier grabben Richtig Richtig Ich habe das ungute Gefühl Dass das an dem Desaster endet Wenn ich das mache Ich kann es halt irgendwie nicht hinstellen Das ist ein bisschen schwierig Was das mal schlauere Idee macht Das ist auch irgendwie noch so Hmm. Keine so richtig gute Idee. Der Kraken wird gleich einen Körbel in den Sonnenumlauf anschießen. Das kann durchaus passieren, ja. Ich nehm gerade, wie man das machen könnte. Da stehen sie alle ratlos, ne. Da stehen sie alle ratlos in der Gegend rum. So, das erste was wir jetzt mal machen ist ein paar Leute einsteigen lassen. So, herzlichen Glückwunsch Tanja, du bist nah an der Tür, du darfst da rein. Herzlichen Glückwunsch Zulanfall, du bist auch nah an der Tür, du darfst da auch rein. Was ist dein Job? Karlis, was machst du beruflich? Scout. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du darfst auch abreisen, potenziell. Wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir das machen, aber potenziell darfst du abreisen. Ach ja, stimmt, da war schon ein Pilot drin, ne. Ah, ärgerlich, Brady. Ganz schlechte Nachrichten für dich. So. Das heißt aber schon mal, wir haben ein bisschen Platz gewonnen. Ich pack die jetzt erstmal wieder ein. Ich muss mir jetzt mal irgendwas überlegen, um dieses andere Ding wieder aufzustellen. Ich will jetzt mal kurz verstehen. Wie viele können wir hier noch an Bord haben? Und vor allen Dingen, wie lange damit unsere Vorräte reichen. Shit, aber wenn ich das Ding nicht aufgestellt bekomme, habe ich auch ein Problem. Ich hätte auch eine Idee, glaube ich. Ich glaube, ich hätte eine Idee. So. Erstmal zu dem hier. Stromtag. Essen drei Tage im Moment. Sehr gut. Strom lädt auch noch. Was wäre denn wenn? Oh Gott, oh Gott. Ich habe gerade auf der Taste geklickt, dass wir jetzt so in die Hose gehen können. Okay, was wir jetzt erstmal machen, ist hier gucken, dass keine Crew mehr in den Außenmodulen ist, wenn es nicht unbedingt nötig ist. No Crewen Part. Okay. Die haben wir nicht ganz rausbekommen, ne? Ne. Okay. Also wir haben hier und hier im Außenmodul noch Leute drin. Aber schon mal weniger. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Oh, ich sehe das kurz mal aus. Dass wir das Ding mal nah ran bekommen. Oh, da versteckt sich auch noch jemand. Und. Was ist mit dir hier, Ungu? Was machst du denn da? Ungu. Einfach hinter der Rakete stehen bleiben ist gefährlich. Ab. So. Gut. Das heißt, dadurch ändert sich die Situation auf immer noch drei Tage. Das ist okay. Hm. Und die Rettung ist außen dran so. Schön mitgezogen. so ich muss mal ganz kurz checken ob hier immer noch alles hier strom sieht gut genug aus ok das jetzt ein paar sachen mal erledigen durch komische gestalten vielleicht ist er es drin lassen sollen not my best day so far please so liegen bleiben ok cool und du darfst auch wieder dein komisches stromerzeugungsding an machen sonst gehen wir der strom aus so jetzt machen wir ein paar sachen und zwar nichts passiert nichts passiert alles unter kontrolle leute ganz vorsichtig so erstens die machen den stöpsel hier noch mal kurz ran um uns sprit zu holen wir müssen nämlich ja irgendwie wieder weg kommen mit der kiste und die kiste hat noch mehr als genug sprit übrig open gui also links ist die nun rettung rechts ist das transporter so der braucht nicht endlos viel wir lassen ihm ein bisschen sprit hier logischerweise was total sinn macht die typen mich nicht umzubringen aber wir geben ihm jetzt ganz ganz wenig aber wir geben ihm jetzt ganz ganz wenig so und jetzt lassen wir wieder ein bisschen was reinlaufen damit der damit seine fuel cell arbeiten kann und den rest behalten wir uns für den rückflug ich gebe ihm jetzt hier mal so 30 oder sowas rein das sollte ihn eine weile am leben halten so das haben wir das haben wir supplies haben die eh genug electric charge sieht im moment auch gut aus der lädt auf close dialogue so dann das connecten wir den hier erst mal wieder machen das zu so und jetzt würde ich nämlich gucken dass wir den hier jetzt würde ich noch was anderes machen ob wir den irgendwie rüber montiert bekommen stellen mich dazwischen dann klappt das auch dann haben wir das werkzeug nämlich hier wo es auch gebraucht wird was total sinn machen würde oh gott fällt das ding gerade auf mich drauf schon noch strom oder ja komisch world's first my stones unseren ersten outpost bauen wir gerade na klar wenn er das denkt ist das natürlich korrekt so ist ja alles drin ja und hier sind noch ein bisschen werkzeuge drin das ist gut so und jetzt würde ich nämlich gucken ob wir es irgendwie hinbekommen ich bin mir sicher dass wir es hinbekommen ich muss nur noch einmal checken da ist nicht die tür das sieht ganz gut aus so und jetzt werde ich erstmal meinen arsch nach drinnen bewegen bevor wir das ausprobieren ich möchte jetzt nicht sagen ich halte das für gefährlich aber ein bisschen schon deshalb werde ich erstmal meinen körper nach innen setzen bevor ich das mache so leute jetzt probieren wir mal was vielleicht vielleicht ist das die rettung der ersten vier vielleicht ist es auch worst decision ever komm roll dich dickerchen also wir haben auf jeden fall mehr als genug delta b um nach hause zu kommen das ist schon mal gut sonst stellen wir uns so hin dass wir bergab stehen und wir schalten das auf jeden fall auf orbit um besser ist es an ok leute ich weiß nicht genau was passiert aber wir gucken mal gar nicht so schlecht wenn wir ihn jetzt noch vorher richtig hingelegt bekommen wollen wir einmal einem löser der ich gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht check erste rakete ist raus holy fuck okay das fliegende Einhorn okay wir haben die erste rakete wieder im flug müssen gleich noch die luftschlose abbauen aber wir sind zurück auf dem weg in den orbit rakete 1 gerettet und wir haben die ersten drei kürbens an bord und mehr als genug deltavien nach hause zu kommen sieht gut aus sieht wirklich gut aus leute wenn er jetzt nicht vor mir ein berg kommt oder so ist eigentlich alles in ordnung so weit ich das beurteilen kann sieht das nicht so aus wir bringen die jetzt erstmal in moon orbit oh da vorne ist ein berg wir peilen ihn nicht direkt an und ich hoffe wir sind bis dahin hoch genug ach das ist die erde kürbens das ist überhaupt kein berg der berg oh nein es ist gar kein mond antrags tanja solan vor und karlis sind in der fuhre mit dabei 20 kilometer orbit sieht gut aus okay wir machen jetzt erstmal kurz aus den zukularisieren wir noch kurz und dann checken wir mal was wir unten haben oder nicht haben ok 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 sehr schön so die kapsel ist in der umlaufbahn kann jederzeit injekt fliegen jetzt schauen wir uns noch mal an wie es da unten aussieht ich hätte die die zufällig neben der tür standen weil die den kürzesten weg zum fliegen hatten und am ende ist es egal ihr seid alle alle gleich schlimme kleine fresser und die erstmal raus zu bekommen also jetzt haben wir ein bisschen essen da wir haben stromerzeugung habitation läuft sowieso ne das ist nicht was ich suche das ist was ich suche so ist hier noch jemand drin können wir die mal schließen so hier ist glaube ich auch keiner mehr drin ne die ebenfalls schließen so und wir können auch das ss ausmachen das spart uns noch ein bisschen strom gut oh die fuel cell läuft und hält uns ungefähr stabil wenn ich das richtig sehe ne jetzt lädt sie auch ne ne sie lädt nur für ganz kurz moment ah die lädt erst wenn der strom unter einen gewissen prozentsatz fällt glaube ich sehr gut ohne die fuel cell haben wir jetzt einen tag und zwei stunden strom zwei tage und vier stunden essen das ist doch schon mal viel wert so habitation hält sowieso noch eine ganze weile haben wir ein recycler hier drin nope ähm gruppendynamisch müssen wir mal sehen wie sich das entwickelt ok aber wir können den strom jederzeit wieder sauber runter bringen so das ist schon mal gut jetzt müssen wir mal gucken die zweite moon rettung was hat die noch an bord die hat ja noch essen mit dabei damit können wir das nochmal auffüllen und wieder drei leute mitnehmen jetzt müssen wir mal gucken wann der da unten ankommt also der kommt auf der periopsis an in einem tag circa ein tag und zwei stunden ist auch noch der ding das heißt wir haben da noch strom das ist schon mal gut ohne aus alle sterben hat sich erledigt haben wir gerettet ok das sieht gut aus das heißt wir können die jetzt auf einen eject senden welche version ist das das ist die 1.8er ksp-version mit einer metrischen tonne an mods sehr gut so dann haben wir die dann bringen wir die jetzt schon mal auf den kurs nach hause dann haben wir ein problem weniger um das wir uns kümmern müssen zx zb zb x5 vp vp zb 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 45 zb so das braucht 33 minuten das machen wir einfach mal so als zeitraffer genau 181 mit den mods aus ausrufezeichen der body dann die liste gut dann haben wir die unterwegs dann können wir mit dem zweiten länder noch mal drei leute mitnehmen die engineers lassen wir auf jeden fall am längsten da das macht total sinn ihr habt noch essen für vier stunden 35 das reicht wahrscheinlich auch genau damit er nicht ausrastet ich glaube die skybox ist mittlerweile auch mit drin wenn die nicht zurückgezogen worden ist wieder ich glaube die pudel skybox war mittlerweile auch mit sie können verfügbar das sind dann ist natürlich ja das ausnahmsweise mal kein green screen das ist echt das erkennt man daran dass der kürbel grün ist und nicht durchsichtig wird obwohl er wahrscheinlich sehr klein ist dann haben wir schon mal die ersten safe oder zumindest auf dem weg zurück in den kürbeln orbit dann checken wir jetzt gleich noch mal die lage unten beim raumschiff und dann wissen wir was wir für nächstes mal zu tun haben so 80 kilometer höhe und ermittler vielen dank für den resub und mr penguin king genauso ich glaube ich hatte ich vorhin übersehen oder ich habe es vergessen ist beides ok vielen vielen dank für eure resubs acht monate und 18 monate schon so die sind unterwegs jetzt gehen wir mal hierhin jetzt gucken wir noch mal also wir haben noch ein rettungsschiff vor ort was noch mal ein bisschen essen mit am start hat und noch mal drei leute mitnehmen kann das heißt wir haben jetzt noch 13 körbels an bord wenn mich nicht alles täuscht und davon sind zwei oder vier touristen oder doch drei ich weiß es gar nicht sind da überhaupt touristen mit dabei ich weiß es noch nicht sind ja nicht noch leute drinnen ich hoffe dass niemand mehr drin naja wenn da werden sie ehrlich tot gewesen ich glaube da ist keiner mehr drin so ich glaube dungun kimkot und jordok die müssen wir da irgendwie anders raus popeln also drei leute verschwinden noch dann haben wir noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn drei davon touristen das heißt wir brauchen irgendeine möglichkeit damit anzudocken das ist ja durch die docking ports eigentlich ganz gut gegeben da müssen wir halt ein raumschiff machen schicken was tatsächlich docking capabilities hat Und die touristen daraus extrahieren kann wenn wir jetzt hier die nächste runde an Wenn wir jetzt hier die nächste runde an typen noch rausholen dann sind wir auch schon mal ein bisschen weiter runter das heißt ziel fürs nächste mal wäre es glaube ich mal eine rakete zu bauen Also jetzt noch mal drei rausziehen sind noch zehn da davon sind Keine touris Drei kommen in die kapsel das heißt wir könnten was bauen wo unten drunter so ein container ist Das ist das kann oder dass wir es nicht so was kann man könnte das mal probieren Oder wir fliegen mit dem billow raketen das muss ich mir noch überlegen wie wir das machen Aber auf jeden fall noch die restlichen kürbels extrahieren und wir brauchen eine touristen return kapsel auf jeden fall Und die muss die möglichkeit haben tatsächlich da an zu docken Vielleicht lösen wir es tatsächlich auch über einen rover Dass wir uns wirklich einen rover bauen in dem drei leute sitzen können Und den zum docken rüberfahren Das muss ich mir noch überlegen Aber ich glaube das werden wir nicht mehr heute machen wir sind nämlich zeitlich auch schon ein bisschen drüber Ich glaube so sieht es erstmal ganz gut aus Ich denke mal schritt 1 Warum liegt das stroh warum tragen die masken wer weiß das schon so Vielleicht gab es eine schöne abschluss mission bevor ich zwei monate stream pause gemacht habe wo alle noch nicht geflogenen zuschauer kürbels 13 an der zahl plus drei touristen auf den moon geflogen sind Um da was spannendes zu erleben Haben sie auch definitiv alle sagen es ist sehr spannend Leider ist dabei auch ein bisschen was schiefgegangen muss man der fairness halber dazu sagen aber wir kriegen das hin ich bin ganz unbesorgt Ich bin ganz unbesorgt